So und wenn du jetzt in deiner Nachbarschaft rausguckst, welche Lichter angehen und welche nicht, dann weißt du bei denen, die sie nicht angehen, die fasten nicht, das sind höchstwahrscheinlich Aleviten. Also weiß ich auch von Freunden oder Familien oder auch sogar bei uns, dass dann einfach nachts extra aufgestanden wird und das Licht angemacht wird, weil man outet sich ja nicht als Aleve. Hallo an alle ZuhörerInnen. Schön, dass ihr zu unserer neuen Folge des Podcasts für Vielfalt von der Gesellschaft für bedrohte Völker eingeschaltet habt. Wir haben heute mal wieder ein spannendes Thema für euch und natürlich auch einen tollen Gast. Und falls ihr meine Stimme noch nicht einordnen könnt, ich bin Tabea und werde heute mit meinem Kollegen Hanno moderieren. Hallo. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir uns noch was Kleines überlegt, denn wir moderieren ja jetzt erst seit Januar den Podcast, also immer abwechselnd mit unseren Kolleginnen Nadja und Regina. Und da dachten wir, wir nutzen mal die Möglichkeit, einen kleinen Rückblick zu geben auf unsere Arbeit. Das heißt, ein bisschen zu schauen, was waren so Highlights eigentlich in der letzten Zeit. Also Hanno und ich werden nochmal ganz kurz eintauchen in die kleinen Highlights, die man so hat in der NGO-Arbeit, die uns noch so im Kopf herumschwirren. Was war denn so das Highlight deiner letzten Monate? Also ich glaube, bei mir war es im letzten Monat, hatten wir eine Veranstaltung beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat ja einen beratenden Status, wie andere Organisationen auch. Und deswegen können wir Veranstaltungen zum Thema Menschenrechte machen. Und bei der Veranstaltung im März, da hatten wir TibeterInnen und UigurInnen eingeladen, über ihre Verfolgung durch die chinesische Regierung zu berichten. Und das war sehr eindrücklich. Ich arbeite schon etwas länger zu diesen Themen, aber bei diesen Veranstaltungen mitzubekommen, wie Betroffene selber über das, was ihnen durch die chinesische Regierung angetan wird, zu berichten. Und dementsprechend auch Handlungsempfehlungen an Regierungen abzugeben, das ist immer besonders interessant. Der Raum war sehr voll, da waren wir sehr glücklich drüber. Eine Überlebende der chinesischen Umerziehungslager konnte nicht teilnehmen an dem Tag, beziehungsweise nicht physisch teilnehmen, weil die Franzosen gerne streiken und sie aus Paris dann zugeschaltet war und es an dem Tag nicht mehr nach Genf geschafft hat. Aber es war trotzdem sehr eindrucksvoll, was sie berichtet hat über die Folter, die sie erlebt hat, die systematischen Verbrechen, die die chinesische Regierung anwendet, um die UigurInnen in dem Fall auf Linie zu bringen. Und was auch sehr eindrücklich war, die Vertreterin der tibetischen Exilregierung, die darüber berichtet, wie die chinesische Regierung probiert, jetzt schon zu planen für den Fall, dass der aktuelle, der 14. Dalai Lama stirbt und was danach passieren wollen. Und die wollen ihren eigenen Dalai Lama danach einsetzen, um die TibeterInnen und den tibetischen Buddhismus noch besser kontrollieren zu können. Es waren sehr viele StaatenvertreterInnen da, was sehr wichtig ist, weil natürlich die chinesische Regierung immer sehr viel Propaganda verbreitet über ihre angeblich segensreiche Wirkung in diesen Regionen, Tibet und Osttukistan. Es war aber auch eine Vertreterin der chinesischen Regierung da, die hat sozusagen alles angezweifelt, was dort gesagt wurde. Und das so mitzubekommen, die Entschlossenheit, mit der die Betroffenen immer wieder ihre eigenen Anliegen vertreten gegen diesen doch sehr mächtigen Widersacher, der sie schon so lange unterdrückt, nicht nur persönlich, sondern auch ihre Völker, das war schon, das war echt cool. Ja, für mich war eine der Highlights auf jeden Fall dieses Jahr eine Tagung in Bad Boll, also in der Nähe von Stuttgart und da ging es um kurdische Perspektiven Europas, was einfach ein Riesenthema eigentlich ist. Also kurdische Identität ist sehr vielfältig und da einzusteigen war sehr interessant. Es gab verschiedene Podiumsdiskussionen, aber auch sehr viel einfach Gespräche, die untereinander geführt wurden. Und das war erstmal so generell einfach schon sehr interessant und zu sehen, was eigentlich kurdische Identität ausmacht. Spoiler alert für alle irgendwie was anderes. Es gibt ganz vieles Verschiedenes, was da mit reinspielt. Also die Religiosität zum Beispiel, aber auch einfach eine ethnische Zugehörigkeit, aber auch viel Verfolgung. Also sowohl KurdInnen als auch AlevitInnen, JesidInnen erfahren halt Verfolgung und das war halt sehr interessant zu sehen, wie man einerseits eine super Vielfalt hat und gleichzeitig aber auch ein kollektive Erfahrungen teilt. Und an dem Samstagabend hatten wir auch einen kurdischen Baden da, der halt auch gesungen hat und da gab es dann auch Klagelieder, die gesungen wurden oder aber auch Liebeslieder. Es war sehr vielfältig, ehrlich gesagt. Und das war super interessant. Ich meine, ich kann kein Kurdisch, keine Art von Kurdisch. Und trotzdem konnte ich so eine kollektive Traurigkeit bei den Klageliedern zum Beispiel spüren oder auch eine gewisse Freude, wenn alle irgendwie, also alle konnten auch mitsingen und die waren sehr bekannt, die Lieder. Und dadurch war es irgendwie dann auf einmal so ein Gemeinschaftsgefühl. Und neben den sehr schweren Themen, die wir halt natürlich hatten, war das irgendwie eine ganz berührende Erfahrung. Und man findet in solchen Momenten, ehrlich gesagt, wenn man so gemeinschaftlich zusammenkommt, auch ein bisschen inoffizieller und einfach irgendwie gemeinsam Erfahrungen teilt oder Lieder teilt, dann ist das immer so das, wo ich wieder merke, wofür man diese Arbeit auch macht. Also um diese Vielfalt, um diese Kulturen zu erhalten. Das war da wirklich sehr besonders für mich. Also glaube ich auch eine der Geschichten, die mich bis jetzt am meisten bei der Arbeit, glaube ich, noch begleiten oder die ich, glaube ich, in meinem Herzen behalten werde. Vielleicht können wir den in die Shownotes packen, wenn man ihn auf Spotify findet. Ja, ja, den findest du auf jeden Fall. Also der ist super bekannt. Also von daher, wie gesagt, es war total krass zu sehen, wie alle mitsehen konnten, weil die Lieder sind einfach in der Community super bekannt. Gibt auch einen Artikel von ihm momentan in unserer neuen Für-Vielfalt-Ausgabe zu Kunst. Neben diesen sehr schönen Erfahrungen auch, hatten wir halt aber natürlich auch super viel politische Themen, die uns umgetrieben haben. Also gerade auch, was halt, wie gesagt, diesen Aspekt der Verfolgung angeht in den Communities. Eines der großen aktuellen Themen ist natürlich das Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien. Vielen ist es vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass dieses Erdbeben nicht nur eine humanitäre Katastrophe ist, sondern halt auch wirklich zur Verfolgung von ethnischen und religiösen Minderheiten beiträgt. Also wirklich auch politische Aspekte hat. Und das ist halt so, dass halt in alevitische oder kurdische Gebiete, zum Beispiel Pasarczyk oder Elbistan, die humanitären Hilfen und Nothilfen einfach nicht ankommen. Also von der, sag ich mal, Regierungsebene, wo ja auch es Hilfen gab, da hat man gar nicht erst was von erwartet. Da wusste man halt, die werden nicht kommen. Aber es gab auch von der Zivilbevölkerung super viele Initiativen, in diesen Gemeinden zu helfen. Also wohl alibidisch, kurdisch, auch aus Europa raus. Also jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, es wurde viel gesammelt, sei es Gelder, aber auch halt weitere Hilfen. Und selbst diese wurden aktiv daran gehindert, dahin anzukommen, wo sie eigentlich ankommen sollten. Es wurde dann sogar auch Leute eingesetzt, also eine Stufe höher, wie so ein Supervisor, die das dann auch umverteilt haben, die Güter und so einfach, dass sie halt wirklich nicht bei der alevitischen oder kurdischen Gemeinden ankommen. Aber jetzt fällt mir auch ein bisschen auf, ich fange eigentlich schon an, so ein bisschen in unsere eigentliche Diskussion einzusteigen. Und bevor ich das tue, muss ich natürlich auch erstmal nochmal unseren Gast vorstellen, denn wir wollen, wie gesagt, heute über das Alevitentum reden und haben deswegen auch einen tollen Gast dabei. Und das ist Helene Tufan. Sie ist im Bundesvorsitz des Bund der alevitischen Jugend in Deutschland, seit 2017 jetzt. Genau, ja. Hi. Hallo. Aber schon sehr lange engagiert, auch schon beim BDAJ, also eigentlich damit quasi aufgewachsen und studiert im Masterlehramt und hat auch eine Nebenqualifikation für alevitische Religionslehre. Und damit erstmal willkommen hier bei uns und wir freuen uns, dass du da bist. Ja, hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ist auch für uns eine super Gelegenheit, um zu lernen. Also Tabea und ihr Kollege Kamal wissen deutlich mehr über die Region und die verschiedenen Religionen, aber ich arbeite vor allen Dingen zur Situation von Völkern in der Volksrepublik China irgendwie. Deswegen ist es auch für mich eine gute Lerngelegenheit. Wenn du jetzt Leuten das erste Mal versuchst zu vermitteln, worum es beim Alevitentum geht, was erzählst du? Ja, das ist eine einfach formulierte Frage, aber tatsächlich die Antwort dazu ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Also wenn wir über das Alevitentum sprechen oder die Alevitinnen sprechen, dann sprechen wir eher von einer sozioreligiösen Gemeinschaft, die halt im Bereich Anatolien beheimatet ist. Eher sozusagen in der Türkei hauptsächlich. Aber um eben diese Komplexität des Alevitentums zu verstehen, muss man einfach ein bisschen auch die historischen Prozesse aufzeigen. Und wenn man sich beispielsweise jetzt den BDJ anschaut, also ich spreche hier im Namen des BDJs, dann sprechen wir davon, dass wir eine offene, humanistische und weltoffene Religionsgemeinschaft sind, die auch in Deutschland anerkannt ist. Das ist zum Beispiel in der Türkei nicht der Fall. Also in der Türkei sind wir keine anerkannte Gemeinschaft, obwohl man davon ausgeht, dass, glaube ich, die Bevölkerung in der Türkei zu 20 Prozent ungefähr alevitisch ist. Aber laut offiziellen Behörden wird das als, glaube ich, 99 Prozent sunnitisch-muslimisch eingestuft. Ja, es ist ziemlich schwer, das Alevitentum zu erklären tatsächlich. Wenn man das ganz einfach versucht zu erklären, heißt eigentlich Alevi Anhänger Alis. Das ist der Schwiegersohn des Propheten Mohammeds. Ich werde jetzt nicht so weit in die Historie eingehen, weil da müsste ich über das Osmanische Reich und das Safavidenreich sprechen. Aber es geht tatsächlich zurück zu den Safaviden. Und früher wurden die Alevis auch Kusilbasch genannt. Kusil bedeutet rot und Basch bedeutet Kopf, also die Rotköpfe, die damals mit den Safaviden sozusagen gegen das Osmanische Reich gekämpft haben. Warum Rotköpfe? Ich glaube, dass das Osmanische Reich, die hatten so Kopfbänder in grün und die Safaviden gemeinsam mit dem iranischen Thron, mit den Aleviden oder Kusilbasch damals gemeinsam, hatten rote Kopfbänder. Und deswegen sagt man heute nicht mehr, aber man hat halt lange Zeit Kusilbasch zu uns gesagt. Dort beginnt das eigentlich sozusagen für mich, wenn ich jetzt darüber spreche. Dort fängt dann tatsächlich auch so ein bisschen die Verfolgung an. Genau, weil man sich halt gegen das Osmanische Reich gestellt hat und das Osmanische Reich auch gewonnen hatte in diesem Krieg, wurden wir sozusagen als Feinde angeprangert. Und seitdem hat das eigentlich auch schon begonnen tatsächlich. Also wir sprechen über Verfolgungen, die bis zurück ins 16. Jahrhundert oder so gehen und seitdem auch verankert sind in dem Bereich der heutigen Türkei sozusagen, in Anatolien. Keine Ahnung, also wenn ich jetzt darauf wirklich so im Detail darauf eingehe, spricht man halt auch davon, wie dann irgendwann beispielsweise religiöse Gutachten gegen die Kusilbasch ausgesprochen wurden. Also fett war es. Das bedeutete, dass man beispielsweise in den Himmel kommt, wenn man einen Aleviten umbringt oder so. Genau, also so war das ganz, ganz früher. Nach dem Osmanischen Reich hat man gehofft, dass es sich tatsächlich ändern würde vielleicht mit der Gründung der Republik Türkei, durch Atatürk und so weiter. Leider nicht wirklich. Also es wurde die Diyanet Ischlerbaschkan gegründet. Die Diyanet ist sozusagen eine Religionsbehörde in der Türkei und die sollte sich darum kümmern, in der Hoffnung, dass man halt die Aleviten vielleicht auch jetzt mit einbezieht. Das war tatsächlich nicht der Fall. Das bedeutet, dass die Aleviten auch in dieser Zeit immer noch stark verfolgt und unterdrückt worden sind. Genau, also die Diyanet gibt es bis heute noch. Die wurde 1924 gegründet und die bezieht sich eigentlich nur auf den sunnitischen Islam und lässt halt alle raus, die nicht diesen Gedanken entsprechen, sage ich mal, oder dieser Religion entsprechen. Das sind nicht nur wir, das sind alle Religionen, die keine monotheistische Religion sind. Das sind dann wir als Alevitinnen, auch die Esidinnen. Irgendwann wurden die Christen dann schon anerkannt, weil die haben ja auch eine Bibel und die dem Glauben auch, also es ist ein monotheistischer Glaube, bei uns tatsächlich nicht. Und ja, seitdem halten die Verfolgung und die Diskriminierung in der Türkei an. Sozioreligiös hat ja mehrere Aspekte, es umfasst die Religion, aber nicht nur. Also es umfasst nicht nur die Religion, sondern auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Kultur. Also wenn man dann, also manche sagen, Alevitentum sei für sie ein Weg, andere sagen ein Glaube, manche sagen irgendwie eine Ethik, eine Lebenseinstellung, weil wir halt oft von Bescheidenheit sprechen. Also wir sprechen davon, dass wenn dir Schlechtes getan wird, du trotzdem der Person Gutes tun sollst. Also bei uns geht es tatsächlich immer um diese Bescheidenheit, um Gutes tun. Wenn wir über unseren Glauben sprechen, dann sprechen wir auch davon, dass wir ein vollkommener Mensch sein möchten am Ende unseres Weges. Das heißt, wir wollen zur Vollkommenheit gelangen und das halt durch vier Tore und 40 Stufen. Und da sind halt sehr viele Dinge drin, die halt mit einbezogen werden, wie dass man nur Gutes tun soll, dass man niemanden verletzen soll, niemanden umbringen soll etc. Und ich glaube dadurch, dass halt vor allem Religion auch heutzutage, ich denke generell, so ein bisschen auch zu so einer Lebenseinstellung werden und weniger hingehen und beten oder so, sondern einfach das Ausleben, glaube ich schon, dass man heute sagen kann, sozio-religiöse Gemeinschaft. Ich meine, es ist keine monotheistische Religion, aber also gibt es eine höhere, also es gibt eine höhere Macht, etwas Göttliches? Ja, also es gibt etwas Göttliches. Wir sagen tatsächlich, dass der, also wir sprechen von Hack, man sagt auch Enel Hack, Hack ist sozusagen dann Gott, aber wir sprechen nicht von einem oder einer personifizierten Gott oder Göttin, sondern eher, dass alles Göttliche auch in uns ist, auch in der Natur. Also wir sprechen davon, dass der Mensch im Mittelpunkt ist und alles, was wir suchen sollen, also es gibt auch ganz viele Dichtungen, ganz viele Lieder, wo man das raushört, dass man halt sagt, okay, unser Buch ist nicht, ja schon eher, dass alles Göttliche auch in uns Menschen ist, also dass alles, was wir suchen, wir in uns suchen sollen, nicht in der Kaaba, nicht in einer Moschee, nicht in einer Kirche, sondern in uns selbst. Und ich glaube, deswegen können wir schon davon sprechen, dass wir keine monotheistische Religion sind. Ihr hattet ja jetzt auch gesagt, Christentum hat zum Beispiel die Bibel, den Islam, den Koran. Gibt es etwas Festgeschriebenes, auch im Alevitentum oder ist es eher eine mündliche Überlieferung? Eher eine mündliche Überlieferung, weil, wie gesagt, was ich halt anfangs auch schon angesprochen hatte, diese ganzen Verfolgungen im Osmanischen Reich, tatsächlich, wenn wir dann auch in der Türkei darüber sprechen, also in der Republik Türkei, beispielsweise zur Gründung der Republik Türkei 1938, der Völkermord in Dersim, 78 in Marasch, 80 in Czorum, 93 in Sivas, etc. Also das sind ja viele, viele Ereignisse, die uns zu einer Leidensgemeinschaft auch machen und auch eine Erinnerungskultur in uns tragen dadurch. Und durch diese Verfolgungen hat das halt zur Folge gehabt, dass nichts verschriftlicht wurde, weil man sich halt immer nur versteckt hat. Also die Aleviten haben sich dann tatsächlich entweder A, entweder assimiliert oder B, versteckt. Und das bedeutet, die haben ihre Religion einfach nur in sich untereinander ausgelebt, aber nach außen nie getragen, dass sie alevitisch sind. Das kriegt man bis heute tatsächlich noch mit. Und durch diese Verfolgungen war das tatsächlich schon so, dass man nichts verschriftlichen konnte, aber das weiter tradiert wurde durch religiöse Dichtungen. Auch so Klagelieder oder so? Durch Klagelieder, durch Gedichte. Das heißt, wenn ich jetzt heute was über meine Religion lernen möchte, dann schaue ich mir schon die Gedichte und Lieder an. Das bedeutet, also das heißt Deş auf Türkisch und in diesen Deşs wird dann auch erklärt, wo dann gesagt wird, meine Religion ist der Mensch und beispielsweise, dass wir halt in uns selber suchen sollen und nicht in der Kaaba oder in etc. Du hast im Vorgespräch gesagt, es gibt sogar einen Begriff für dieses Verstecken, das anscheinend ein großes Thema ist. Das nennt sich Takie. Genau, die Aleviten haben lange Zeit. Ich glaube, der Umbruch war tatsächlich durch die Anerkennung in Deutschland Takie betrieben. Takie bedeutet so, ich glaube, wörtlich übersetzt so etwas wie Schweigegebot. Also das ist sozusagen eine Strategie, sich zu verstecken oder sich unbemerkt zu lassen, um in feindlichen Umgebungen zu überleben und nicht verfolgt zu werden. Es gibt ja aber trotz allem auch sehr viele Vorurteile und wie gesagt, diese Diskriminierung und auch in Deutschland. Wie ist denn das eigentlich so mit den Chem-Häusern zum Beispiel, kenne ich das zum Beispiel ja auch. Da gibt es ja auch so dieses, also man ist eigentlich versucht, sich halt quasi für sich zu bleiben und dann gibt es trotzdem ja auch da voll viele Vorurteile und Stereotype, was in den Chem-Häusern zum Beispiel auch alleine passiert oder sowas. Also ist das in Deutschland auch ein großes Thema? Das Chem-Haus ist sozusagen unser Glaubenshaus. Also dort treffen wir uns und dort wird halt dann unsere Rituale und unsere religiösen Zeremonien ausgeübt. Aber heute unter anderem ist es schon auch so ein bisschen in Richtung Kulturverein, wo auch ein bisschen gestritten wird, weil halt dann auch Dinge passieren wie ein Chor und ein Theater, eine Theater-AG und 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 und, also wo dann auch Musik gemacht wird. Kinder treffen sich, es gibt Nachhilfe sogar bei uns in der Gemeinde. Ich sage jetzt zum Beispiel Gemeinde auf türkisches Cembe. Und ja, es gibt tatsächlich diese Vorurteile, ja. Die reichen tatsächlich auch wieder zurück zum Osmanischen Reich, weil halt schon früher die Aleviten im gemeinsamen Gottesdienst, sage ich jetzt mal, Männer und Frauen das gemeinsam durchgeführt haben. Schon immer. Also da gab es nie eine Trennung, schon vor Jahrhunderten nicht. Und dann wurde halt angefangen, als man sowieso angefeindet wurde, zu sagen, okay, wir seien Ungläubige und wir seien Abtrünnige und würden auch Inzest betreiben beispielsweise. Also dieses Vorurteil kommt tatsächlich von da noch. Und das ist bis heute noch so. Also es gab noch 1995, gab es beispielsweise in einem Wörterbuch von Karl Steuerwald, Inzest war die Übersetzung Inzest auf türkisch übersetzt Kizilbaschlık, also Kizilbasch sein. Und das kommt heute noch vor. Also im Alltag, wenn dann, man sagt dann Mumsünde, also die Kerze wurde ausgemacht, das heißt die Aleviten machen die Kerze aus in ihrer Gemeinde und dann was auch immer sich vorgestellt wird, was gemacht wird, was natürlich nicht der Fall ist. Und damit werden wir heute tatsächlich noch konfrontiert, weil das halt so, sich so verankert hat in der Türkei, dass das halt immer wieder einfach angesprochen wird. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich denken, ob sowas überhaupt gemacht wird. Ein Verurteil von vielen. Ich meine mal, die Chem-Häuser sind aber doch bestimmt auch gerade in Deutschland ziemlich wichtig, oder? Ich meine mal, wenn es keine Schrift gibt oder dann eher Klagelieder gibt oder so, über die man halt auch über seine eigene Religion oder Kultur auch was erfährt, dann sind ja wahrscheinlich so Räume wie diese Chem-Häuser besonders wichtig eigentlich für euch, um auch zusammenzukommen und darüber zu sprechen. Und in der Diaspora oder in einer, jetzt in Deutschland sind ja nicht mehr alle nur noch in einer geflüchteten Situation, aber generell jetzt nicht in der Türkei zu sein, erschwert das ja wahrscheinlich auch nochmal. Ja, ich denke tatsächlich sogar extrem wichtig hier in Deutschland. Wenn wir über die Türkei sprechen, ist es so, dass die Chem-Häuser dort nicht als Glaubensstätten anerkannt werden. Das heißt, sie werden auch nicht finanziert. Dementsprechend gibt es wenige. Man hat tatsächlich auch aufgrund der Vergangenheit Angst vielleicht auch, sich da so öffentlich zu machen. Die Menschen zahlen beispielsweise Steuern ein in die Dianet, aber dieses Geld geht dann nur an die Moscheen, nicht an die Chem-Häuser. In Deutschland ist das anders. Wir haben tatsächlich extrem viele, ich glaube 160 Chem-Häuser hier. Also laut Schätzungen sollen bis 500.000 bis 800.000 Aleviten in Deutschland leben und in der migrantischen Community aus dem anatolischen Bereich, ich glaube ungefähr 20 Prozent, Alevitisch sein. Und ich glaube, diese Anerkennung und diese Struktur und dieses in die Öffentlichkeit geraten ist erst in Deutschland passiert. Und das war ein wichtiger Schritt für Aleviten weltweit, also sowohl in der Türkei als auch in Ländern wie England oder Frankreich. Das war so ein bisschen mein Gefühl, also mit der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, ist so ein bisschen, dass es halt ganz viel, wie gesagt, darum ging, man musste sich immer verstecken. Man hat versucht, alles für sich zu behalten und eigentlich eher so in dem Fall quasi nicht auf den Radar zu kommen, weil halt sonst Verfolgung droht. Und jetzt in der Gemeinschaft, auch hier in Deutschland, habe ich das Gefühl, dass man das erste Mal sich eine Plattform nimmt, irgendwie auch zu sprechen und zu sagen, wir sind AlevitInnen und was macht das eigentlich aus und was brauchen wir auch, auch weil es halt immer noch auch in Deutschland Diskriminierung gibt. Wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, noch nicht da angelangt, wo wir sein möchten, dass wir einfach in die Öffentlichkeit geraten, dass die Leute uns auch kennen und mit uns sprechen, nicht über uns sprechen, sondern wie hier in diesem Format, was ich übrigens richtig schön finde, dass mit uns gesprochen wird und uns sprechen lassen und uns erklären, wer wir sind. Weil ich glaube, Teil der alevitischen Identität ist in Deutschland leider auch geworden, sich von der sunnitischen Gemeinschaft abzugrenzen. Beispielsweise wird dann jemand gefragt, hey, was hast du für eine Religion? Nicht sunnitisch. Wir machen das und das und das nicht. Also es wird immer erklärt, was wir nicht machen. Wir gehen nicht in die Moschee, wir fasten nicht an Ramazan beispielsweise, statt einfach sich selber mal zu erklären. Aber wie lange habe ich jetzt geredet? Ich weiß nicht, bis ich mal euch erklären konnte, was alevitisch sein ist. Ist halt schwierig. Aber ihr seid da als Gemeinschaft, zumindest in Deutschland, weiter als vor, weiß ich nicht, zehn oder zwanzig Jahren, was Sichtbarkeit angeht, was vielleicht auch dementsprechend Selbstbewusstsein und der Wille, sich auch zu zeigen. Ja, ich denke schon, ja. Wir sind auf jeden Fall viel, viel weiter. Also heute kann man ganz offen sagen, in Deutschland sowieso eigentlich immer, dass man alevitisch ist. Aber ich glaube, es hat halt immer noch ein bisschen was mit dieser Tag hier zu tun. Dass die Eltern halt von dort fliehen, nach Deutschland kommen und dann beispielsweise, sie kommen als Gastarbeiter und arbeiten in irgendeinem Unternehmen, in irgendeiner Firma und die einzigen, die sie von der Sprache her verstehen, sind andere Menschen aus der Türkei, die höchstwahrscheinlich sunnitisch sind. Das heißt, auch da versteckt man sich wieder. Also man kommt in Deutschland an, um eigentlich hier Zuflucht zu finden und dann wird man wieder damit konfrontiert und versteckt das wieder und sagt vielleicht den Kindern dann, sagt nicht so öffentlich, dass sie alevitisch seid. Ich fand das auch ganz interessant, also ich habe wirklich auch eine Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, wo ich halt immer nur wusste, dass sie halt aus der Türkei oder die Familie aus der Türkei kommt. Und erst seitdem ich in dem Bereich arbeite und sie gesehen hat, dass ich was zum Alevitentum mache, dann erst hat sie mir erzählt, dass sie auch selbst Alevitin ist. Also schon irgendwie dieses Gefühl, dass das so über Generationen hinweg, sich schon noch weiter dieses Verstecken oder wie gesagt, zumindest es nicht so öffentlich präsent machen, sich irgendwie da doch noch mitzieht. Also ich muss sagen, dass es bei mir tatsächlich nicht der Fall ist. Also meine Eltern, die haben auch, glaube ich, schon einiges in der Türkei erlebt. Meine Mutter beispielsweise, also in Sivas gab es 1993 einen Brandanschlag an Alevitin. Da sind 33 Menschen verstorben. Das ist tatsächlich dieses Jahr das 30. Jahr seitdem. und meine Mutter beispielsweise hatte viele Freunde dort, die dort tatsächlich auch verbrannt sind. Mein Vater genauso halt Verfolgungen. Wenn man da mit denen mal reden würde, was die alles in der Türkei erlebt haben, unglaublich. Aber dadurch, glaube ich, dass die das mitgenommen haben und diese Frust, haben die uns immer gesagt, wer wir sind. Und wir haben, also ich und meine Geschwister zum Beispiel, immer gesagt, wer wir sind und welche Religion wir angehören. Ich wurde natürlich auch in der Schule gefragt von Freundinnen oder Mitschülerinnen vielleicht, weil ich halt auch so aussehe, ja, gehst du denn am Freitag auch in die Moschee? Und ich sage dann, nein, ich gehe da nicht hin. Und dann wird halt nur noch schief angeguckt von der Seite und nicht mehr miteinander gesprochen. Wenn wir über die Diskriminierung in Deutschland reden, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, welche Art von Diskriminierung ihr erfahrt? Also ich denke, dass es Diskriminierung auf zwei Ebenen ist. Definitiv auch von der Mehrheitsgesellschaft, weil man halt eben Migrationshintergrund hat. Was für uns nochmal schwierig ist, weil wir halt dann auch in die gleiche Schublade gesteckt werden, mit denen, mit denen wir eigentlich nicht in derselben Schublade sein möchten. Ja, ihr kommt alle aus der Türkei und ihr seid alle sunnitisch. Und die euch auch diskriminieren. Also ihr habt mit denen zusammengesteckt, die euch halt aber auch selbst diskriminieren. Genau, und das wäre halt dann tatsächlich die zweite Ebene, diese Diskriminierung innerhalb der migrantischen Gemeinschaft. Ich hatte in einem Buch, ich glaube, es war von Martin Söckefeld auch gelesen, auf Englisch schreibt er da, dass genauso wie die Aleviten diese Takie mit nach Deutschland gebracht haben, haben halt viele Sunniten ihre Vorurteile mit nach Deutschland gebracht. Und genau das wurde hier weitergelebt. Und das erleben wir bis heute noch. Wir unterbrechen die Sendung für einen kurzen Hinweis. Wir finanzieren unsere Menschenrechtsarbeit mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wenn ihr möchtet, unterstützt unsere Arbeit und spendet auf unserer Webseite oder per Überweisung. Als Mitglied macht ihr unseren unabhängigen Einsatz für Menschenrechte möglich, erhaltet regelmäßig Berichte und Informationen über unsere Arbeit und könnt unseren Verein aktiv mitgestalten. Ist es denn möglich, dass sich zeigen und aus diesem Verstecken rauskommen? Und Deutschland war sozusagen ein guter Ort, das machen zu können, diesen Prozess vielleicht zu beginnen. Ist es irgendwie möglich, diesen Prozess auch wieder in eure Communities, in die Türkei zurückzubringen? In die Türkei zurückzubringen? Ja, wenn es einen Umschwung geben würde in der Türkei, dann ja. Aber so wie die Lage aktuell in der Türkei ist, ist es ja schon ziemlich schwer. Aber die Leute in der Türkei sagen heute schon, dass sie alevitisch sind. Kommt immer auf die Region an. Vielleicht können wir auch nochmal zur Türkei zurückgehen. Es gibt ja zum Beispiel auch relativ aktuell noch das Sackgesetz in der Türkei, was erlassen wurde, was ja eigentlich auch mehrere Gesetze sind, die zum Beispiel das Alevitentum quasi in eine Folklore- oder eine Kulturrichtung eigentlich reindrängen. Also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Alevitentum ist als Religion gar nicht anerkannt. Und diese Gesetze sind jetzt quasi nochmal dafür da, um diesen Status auch gar nicht erst irgendwie in eine Möglichkeit zu bringen, sondern wirklich in so eine Folklore- oder Kulturrichtung zu gehen. Und ich glaube auch, es gab sogar die Überlegung des Ministeriums, was sich darum kümmert, in diesen Tourismusbereich zu dringen. Ich glaube, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen so ein aktuelles Beispiel, wie das eigentlich in der Türkei genau aussieht. Ja, das Sackgesetz oder halt auf Türkisch auch Tolbayasese, das war im Herbst 2022, also vergangenes Jahr jetzt. Ich habe mich tatsächlich nicht detailliert damit auseinandergesetzt, aber es ging genau darum, dass man mehrere Gesetze einmal abstimmt und halt alles gemeinsam da reinpackt, auch das Alevitentum. Und ich glaube, als Kultur dann benennt. Natürlich haben dann unsere Leute dagegen versucht anzukämpfen, was wir halt sehr interessant finden, weil unsere Funktionäre aus Deutschland dies erreicht haben, dass wir im Einwanderungsland den Körperschaftsstatus erreicht haben. Also ich glaube, das geht gar nicht höher. Wir sind da angekommen, wo wir möchten, fliegen dann in die Türkei, um im Heimatland gegen sowas dann nochmal zu demonstrieren. Da gab es dann auch Videos, wie demonstriert wurde und die Polizei kam dann auch dazwischen. Da kam es zu Auseinandersetzungen. Ich habe tatsächlich mit dem Vorsitzenden der Alevitischen Gemeinde auch gesprochen. Die waren dann am selben Abend auch noch im Krankenhaus, weil ein paar Personen verletzt waren durch die Gewalt halt seitens Polizei. Aber genau das einfach nochmal, das verdeutlicht genau eigentlich nochmal die Situation in der Türkei, dass es eigentlich auch nicht besser wird. War der Weg hier als Körperschaft anerkannt zu werden, war der schwierig? Das hat schon lange gedauert, soweit ich weiß. Also ich war tatsächlich nicht involviert. Das hat unser Dachverband, die Alevitische Gemeinde Deutschland, gemacht. Baden-Württemberg ist jetzt gerade auch dabei. Bayern ist auch dabei. Und wir versuchen das irgendwie in allen Bundesländern jetzt hinzukriegen. Also in Deutschland wird uns einiges erleichtert, sage ich mal, jetzt im Vergleich zur Türkei dann. Wenn ihr, wie zum Beispiel jetzt im letzten Monat geschehen, im Zuge des Erdbebens darauf aufmerksam macht, gemeinsam mit der Gesellschaft für bedrohte Völker und auch in anderen Fällen, dass die strukturelle Benachteiligung von AlevitInnen sich auch in solchen Sachen wie dem Erdbeben oder was danach passiert ist, gezeigt hat. Wenn ihr versucht, auf diese Dinge aufmerksam zu machen, welche Reaktion bekommt ihr hier in Deutschland? Also ich habe fast nur positive Reaktionen gesehen tatsächlich. Also das Erdbeben war für uns alle eine, also die Zeit, das Erdbeben und die ganzen Nachbeben und die Folgen war schon eine schwierige Zeit und ist immer noch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber ich habe dadurch auch gesehen, wie stark die Gemeinschaft eigentlich sein kann und wie wir eigentlich in Deutschland angekommen sind, größtenteils. Und wie wir eigentlich nur positiven Zuspruch bekommen. Also Freunde, wirklich viele Freunde von mir, auch Kommilitonen und Freunde, die gar nichts mit der Türkei zu tun haben, war das Erste, was sie gemacht haben, sich bei uns zu melden. In welche alevitischen Gemeinde können wir spenden? Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also es lief sehr, sehr, sehr viel über die alevitischen Gemeinden tatsächlich. Und das wurde dann auch anerkannt. Also das haben die Leute auch verstanden, wenn wir gesagt haben, hey Leute, lieber uns spenden, weil wir wissen nicht, was mit den anderen Geldern passiert. Unser Geld kommt definitiv dann vor Ort an. Und der BDAJ ist ein Jugendverein. Und ich glaube, da merkt man halt auch, dass es auch eine sehr starke alevitische Jugend gibt. Wie ist das in der Arbeit beim BDAJ? Also ich würde schon sagen, dass die alevitische Jugend sehr stark ist. Ich bin jetzt hier auch schon sehr lange mit dabei. Ich glaube, seit 2017 im Bundesvorstand. Und ich muss sagen, dass die Community vor allem bei den jungen Menschen sehr stark ist und diese alevitische Identität auch angekommen ist. Also man sagt offen und laut, wir sind alevitisch und wir machen hier das und das. Und man schämt sich auf jeden Fall nicht mehr oder versteckt sich nicht oder sowas in der Art. Und gerade durch das Erdbeben habe ich dann auch gesehen, weil man sieht das ja auf Instagram, die einzelnen Ortsjugend. Und ich weiß noch, wie die alle jünger waren mit 13, 14. Und auf einmal helfen sie da, die Busse einzuladen und so. Das hat mich sehr stolz gemacht. Weil ich dachte, okay, jetzt übernimmt jeder Verantwortung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir halt eine Leidensgemeinschaft sind und eine Leidensgeschichte haben, dass halt was Schlimmes passieren muss, dass man sich organisiert. Aber wenn was Schlimmes passiert, dann organisiert man sich auch. Ich hatte ja vorhin erwähnt, 1993, dieser Brandanschlag. Und das war schon ein Wendepunkt in der alevitischen Geschichte. Also wenn man dann über alevitische Literatur liest, liest man das auch raus, dass das ein Wendepunkt war, weil halt eben in der Türkei vor der Öffentlichkeit und im Fernsehen Menschen verbrannt wurden und ein islamistischer Mob, sage ich jetzt mal, vor diesem Hotel stand. Und wenn man sich diese Videos anschaut, und das hört man auch auf Türkisch, die sagen, dann verbrennt sie die Ungläubigen mit ihrem Kind, mit ihren Kindern auf den Schultern. Und ich glaube, das hat bei uns Aleviten in Deutschland, das war nochmal so ein Aufweckruf, weil wir waren da schon in Deutschland, aber es gab nur so ein paar wenige Gemeinden. Innerhalb einem Jahr, nach 1993, haben sich, glaube ich, 100 Gemeinden in Deutschland organisiert und 1994 dann der BDRT gegründet, also der Bund der alevitischen Jugend. Also hat es doch was Positives vielleicht mit sich gebracht. Habt ihr auch Kooperationen oder irgendwie gemeinsame Sachen mit anderen religiösen, ethnischen Minderheiten, also zum Beispiel JesidInnen, arbeitet ihr da viel zusammen? Genau, mit der esidischen Jugend sind wir beispielsweise im Kontakt. Vor allem dann der Landesverband NRW, die kooperieren mit denen gemeinsam. Die hatten, glaube ich, auch ein gemeinsames Projekt. Eine Freundin von der esidischen Jugend war auch bei unserem Bildungscamp da. Das war über die Weihnachtsfeiertage. Also wir kooperieren schon auch mit vielen anderen Jugendverbänden. Genau, wir hatten auch mal mit den muslimischen PfadfinderInnen gemeinsam was zu tun. Hast du das Gefühl, dass sich innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, die natürlich in sich auch in Deutschland sehr komplex ist, im Verhältnis zu den AlevitInnen sich was verändert? Ich hoffe, ja. Ich kann das aber nicht einschätzen, ob es sich verändert. Also ich denke schon, natürlich ist es bestimmt besser als jetzt in den 70er Jahren, als dann diese Gastarbeiterbewegung hierher kam. Das definitiv. Aber ob es jetzt optimal ist, kann ich nicht ganz sagen. Also es ist schon so, dass wir auch mit muslimischen FreundInnen gemeinsam arbeiten. Das ist jetzt nicht der Fall, dass wir sagen, oh nee, nein und so weiter. Also wir haben ja auch eine Broschüre, die heißt Antimuslimischen Rassismus ernst nehmen. Also wir sprechen auch vom antimuslimischen Rassismus. Aber wir sagen halt gleichzeitig auch, Kritik an muslimischen Organisationen zulassen, weil es halt auch politische muslimische Organisationen gibt und auch Jugendverbände, die für uns kritisch sind, mit denen wir beispielsweise nicht gemeinsam arbeiten möchten. Und da gibt es dann schon auch Menschen, die uns immer noch nicht anerkennen oder uns mit in eine Schublade packen und sagen, wir sind doch alle Muslime und lasst uns doch alle zusammensitzen. Und wir denken uns halt, nein, machen wir nicht. Dieses Jahr am 14. Mai sind ja auch Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Und da schauen ja alle, also sowohl wie NGOs als auch sicherlich so Gemeinden wie ihr, Gemeinschaften wie ihr, sehr gespannt und sehr angespannt auch hin. Wie beobachtet ihr diese Wahlen bis jetzt? Dieses Jahr ist schon ein schwieriges Jahr. Also Erdbeben, dann Wahlen, 30 Jahre Sivas, Brandanschlag und so. Das ist schon ein auffüllendes Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass 2018, als die Präsidentschaftswahlen waren oder ich glaube 2017, da war ein Referendum und da wurde der Staatspräsident auch gleich Regierungsoberhaupt oder was auch immer der Herr lieber Erdogan da gemacht hat, da weiß ich, dass wir sehr, sehr viel mobilisiert haben. Wir sind alle wählen gegangen. Da haben wir Busse organisiert und alle haben halt dagegen gestimmt. Dieses Jahr hält es sich noch so ein bisschen in Grenzen, würde ich sagen. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, als vor allem alewitsche Gemeinschaft und alewitsche Jugend zu mobilisieren. Es betrifft uns ja. Also wir denken, dass solange irgendwie Deutschland noch, die Türkei noch einen Einfluss in Deutschland hat und das hat sie ja auch politisch gesehen, das ist ja auch ein NATO-Partner und so weiter. Solange die noch einen Einfluss hier haben, betrifft uns das alle. Vor allem, weil viele von uns auch eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, alle, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, gehen wählen und definitiv nicht für die AK-Party und auch nicht für Erdogan. Genau, und da müssen wir uns halt als Gemeinschaft Gedanken machen, werden wir wählen. Die Opposition, da hat sich ja ein Bündnis gegründet als Opposition, das ist die JHP, Jumuriyat-Halk-Partyse, mit dem Präsidentschaftskandidaten Kulj Staroglu. Und ich glaube, dass höchstwahrscheinlich viele Alevitinnen ihn wählen. Also es gab noch Ekrem Imamoglu, das war der Bürgermeister in Istanbul, der wurde jetzt aber irgendwie, weiß gar nicht, ob er verhaftet wurde wegen Beleidigung, irgendwas war. Also er war Bürgermeister in Istanbul und die Wahlen, war ja auch so, dass es quasi dann das erste Mal war, dass halt quasi nicht Erdogan und seine Partei gewonnen haben. Und dann wurde das angezweifelt und quasi die Wahlen nochmal angezweifelt und gesagt, das wäre Wahlbetrug gewesen. Und dann wurde versucht, die nochmal, also dass nochmal gewählt werden sollte. Und er hat dann quasi, ich kann seinen Namen leider nicht so gut sprechen. Ekrem Imamoglu, ja. Also hat halt sich irgendwie dazu geäußert, dass es halt irgendwie auch Schwachsinn wäre oder so. Und das wurde ihm dann auch als Beleidigung der BeamtInnen quasi ausgelegt. Und er, soweit ich weiß, ist er noch nicht in Gefangenschaft, aber er hat ein Verfahren und da ist halt auf jeden Fall auch Politikverbot mit drin. Das heißt, wenn dieses Verfahren durchgeht, sicherlich Haftstrafe, aber halt auch ein Politikverbot. Und das ist ja gerne die Masche, sag ich mal, von Erdogan, halt seine politischen GegnerInnen halt wirklich auch einfach über solche wie Beleidigungsvorwürfe und Urteile dann halt quasi auch ein Politikverbot aufzulegen. Eigentlich auch schon irgendwie traurig und lustig gleichzeitig, weil es so offensichtlich ist. Also man hört dann die ganze Zeit nur noch von Ekrem Imamoglu und alle denken sich, okay, das wird es vielleicht dieses Mal und dann gewinnt er Istanbul. Und da ist es schon was Krasses, sag ich mal, Istanbul zu gewinnen und auf seine Seite zu ziehen. Und zack, dann ist er wieder raus. Das Gleiche war mit Selah den Demirtasch damals. Der ist ja bis heute noch im Gefängnis. Der war in der Partei HDP, Halkların Demokratik Partisiä, also die linkskurdische Partei. Also jetzt so Richtung Wahlen versucht man einfach alles aus dem Weg zu räumen, was nur geht. Und außerdem Kriztarolo, den können sie halt gerade nicht aus dem Weg räumen, weil der so viel Support hat. Und wir hoffen, dass das passiert. Vielleicht ist meine persönliche Meinung zu der CHP jetzt ein bisschen anders. Ich werde jetzt auch nicht in diese Diskussion eingehen, aber ich glaube, als alewitsche Gemeinschaft unterstützen wir ihn oder müssen. Für mich ist das Bessere übel. Ich glaube nicht, dass sich unbedingt viel ändern wird, aber wenigstens wird es nicht mehr so korrupt wie davor. Und also die Einstellung zu CHP innerhalb den Aleviten ist auch nochmal so ein Riesenthema, wo man lange darüber sprechen könnte. Viele sind gegen die CHP, was ich voll verstehen kann, wohinter ich persönlich auch stehe, weil während diese ganzen Massaker in der Türkei passiert sind, war halt die CHP an der Macht, sage ich jetzt mal, auch während Sivas. Und für mich ist das halt nicht gut, sage ich jetzt mal, aber besser als Erdogan. Und da ist halt nochmal so, okay, was passiert jetzt, wenn die CHP an der Macht ist? Hast du den Eindruck, dass die PolitikerInnen in Deutschland verstanden haben, wie vielfältig Erdogan Freiheit und Demokratie bedroht? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Wir sprechen das immer wieder an. Ich habe das auch letztens angesprochen und habe dann gesagt, wir fordern, dass der NATO-Partner Türkei, also dass dieser Kontakt halt abgebrochen wird. Es kam halt keine Reaktion. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es kommt keine Reaktion dazu, warum auch immer. Mein Kollege Kamal Sido und ich, wir arbeiten ja auch viel dazu, also auch mit Dermitage zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema, was er auch als Person und seine Haft, das, was uns lange schon begleitet. Und sein Bruder war tatsächlich sogar schon bei diesem Podcast auch zu Gast. Und unsere Erfahrung ist ja eigentlich, also konsequent wird Erdogan und seine Machenschaften, die alle völkerrechtswidrig sind, wenn es um sowohl Minderheiten geht, aber auch um zum Beispiel zu Nordsyrien-Angriffe geht oder auch auf den Nordirak-Angriffe geht, Drohnen-Angriffe und egal, welche Verfolgung wir von religiösen und ethnischen Minderheiten sprechen, es wird einfach konsequent ignoriert. Also das ist wirklich die Erfahrung, die wir halt aus der NGO-Sicht machen, auch wenn wir mit dem Auswärtigen Amt versuchen zu sprechen oder so. Es wird einfach ignoriert, weil die anderen, die wirtschaftlichen und politischen Interessen Deutschlands einfach darüber stehen, was halt mit diesen Menschen passiert. Also das ist eh immer die Frage bei der Politik natürlich, wessen Interessen werden eigentlich vertreten? Und meistens sind es halt wirklich einfach die der Wirtschaft oder wie gesagt, halt die eigene politische Sache, weil natürlich auch Türkei durch seine geopolitische Position total wichtig ist, einfach darüber gestellt werden. Also da geht es halt manchmal meistens einfach nicht um die Menschen. Die PolitikerInnen versuchen auch, glaube ich, das ein bisschen sich schön zu reden gefühlt, diese und Erdogan nicht so anzugreifen und zu sagen, naja, aber bald gibt es auch zum Beispiel Wahlen. Also manchmal auch die Frage so, naja, bald gibt es ja Wahlen und dann wird das ja vielleicht sich ändern und so. Also einfach auch ganz schwammige Aussagen zu treffen und bloß nichts gegen die Türkei und Erdogan wirklich zu sagen, obwohl es tagtäglich völkerrechtswidrige Aktionen gibt. Da sind ja ganz viele Oppositionelle in Gefängnissen. Mein eigener Onkel war tatsächlich auch im Gefängnis. Dann kamen die einfach und haben den mitgenommen wegen irgendwelchen politischen Sachen von vor Jahren und er saß dann fünf Jahre lang drin. Und dann wird halt jeder Zweite auch als Terrorist abgestempelt, der halt nur irgendwie irgendwas gegen die Regierung sagt. Und das ist schon krass, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie halt auch viele einfach öffentlich nicht darüber sprechen möchten, weil sie Angst haben, wenn sie in die Türkei einreisen, ob sie auch wieder zurückkommen. Das gibt es ja auch oft. Also ich muss jetzt aus meiner Sicht sprechen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Sommer in die Türkei einreisen werde oder kann oder ob ich dann überhaupt wieder rauskomme. Klar, es gibt die Wahlen und sagen wir mal, die AK Partie verliert und die CHP gewinnt. Für uns als Aleviten wird es immer schwierig sein. Und ich glaube, gerade wenn die AK Partie nicht gewinnt und die CHP gewinnt, wird das auch nochmal aus struktureller Sicht schwierig sein, weil er ja überall seine Leute hat. Also in allen Institutionen hat er seine Leute. Das heißt, die müssen sich erstmal alle zurückziehen und dann wird es zu so einem richtigen Umbruch in der Türkei kommen und das muss man dann schnell fassen und ganz schnell die Leute ersetzen. Ob das dann die andere, die neue Regierung hinkriegt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Türkei erwartet in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren schon einiges. Aber die Jugend dort ist sehr aufgebracht. Die haben auch alle keine Lust mehr. Also früher war es so eine Migration innerhalb der Türkei vom Dorf in die Stadt. Mittlerweile überspringen die die Stadt und wollen einfach direkt raus aus der Türkei. Also die Leute sind teilweise depressiv, wenn man sich die Türkei-Nachrichten anschaut, wie Leute Suizid begehen, weil sie einfach nicht mehr können, weil kein Geld, also wirklich die verhungern. Wenn man sich einfach nur mal anschauen würde, wie teuer Tomaten und Kartoffeln und so weiter geworden sind und dann draußen alle am Betteln und Pfand sammeln oder was auch immer, Müll sammeln und so. Man denkt immer, es kann nicht schlimmer werden in der Türkei und dann kommt noch was und dann wird es schlimmer und dann kommt ein Erdbeben und dann wird es noch schlimmer als davor. Perspektivlosigkeit irgendwo auch. Also auch nochmal eine kleine Anekdote, die ich einfach super interessant fand, als wir auch in einer Konferenz zusammensaßen mit KurtInnen, AlevitInnen und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass halt alle, die da saßen, die sich halt politisch engagiert haben, alle schon mal in Haft waren. Alle, die da waren, waren halt zwei, drei Jahre schon in Haft oder so. Und dann meinte eine Person, ich war noch nicht in Haft. Und dann daneben ihm so, du warst doch drei Monate im Gefängnis. Und er so, ja, aber war nur Untersuchungshaft. Und das war quasi schon so, ach naja, geht ja noch. Dann dachte ich mir, wie surreal es für mich jetzt als nicht betroffene Person war, da zu sitzen in einem Raum voller Menschen, die alle schon mal in Haft waren, einfach nur, weil sie sich politisch engagieren. Ja, was halt auch voll traurig ist, weil die Türkei ist so ein schönes und vielfältiges Land. Und man hat da ja alles Mögliche, du hast da Meer und Berge und Wälder und du hast nicht nur Türken und Zoniten, es gibt Christen und auch Juden, Armenier, Esiden, uns, die Sasa-sprechenden Menschen, die Kurden, alles Mögliche. Und auch viele Intellektuelle und viele Akademiker und viele Wissenschaftler, aber die möchten halt alle weg von dort. Das ist halt das Traurige. Und ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland das auch noch nicht so ganz versteht, was eigentlich die Türkei ist. Man sieht halt vielleicht vieles hier in Deutschland und denkt sich, okay, die sind so, vielleicht ein bisschen konservativ, aber das ist nicht so, wenn man dann mal so nach Ismail oder Istanbul geht. Bei den Wahlen ist es jetzt ja so, also quasi, wir haben einmal natürlich die Türkei und das da gewählt wird. Aber was du ja auch schon meintest, auch mit doppelter Staatsbürgerschaft, ist es halt auch quasi auch in Deutschland ein Thema, dass halt viele auch hier wählen gehen. Aber sicherlich auch von der Seite, die ja quasi auch euch auch diskriminieren, also quasi auch, sag ich mal, Islamverbände, die sehr politisch aufgeladen sind, wo auch die Leute ja dann quasi auch in Deutschland wählen gehen für die Türkei. Ja, also wir sind eigentlich generell dagegen, dass man in Deutschland wählen darf, weil wir denken, dass es einfach unfair ist, dass man die Demokratie hier so in vollen Zügen genießt und dann für dort, für die Türkei wählt und den Leuten einfach nur nichts Gutes damit tut. Vor allem schwierig, wenn Menschen mit, also türkei-stämmige Menschen in Deutschland die SPD oder die Grüne und Linke wählen und dann wählen sie aber in den Türkeiwahlen die AK Partie, die halt sehr konservativ ist, was für uns einfach keinen Sinn macht. Also generell sind wir dagegen, aber wir fühlen uns gezwungen und müssen jetzt auch mobilisieren zu sagen, okay, dementsprechend müssen wir jetzt auch und wir müssen wählen gehen. Hast du eine Erklärung dafür, dass das Wahlverhalten dann so krass auseinander geht, dass man hier Parteien wählt, die ganz andere Werte haben oder für sich einen Anspruch nehmen zu haben als in der Türkei die AK Partie? Ja, schwierig. Es ist ja in vielen Ländern aktuell so. Es ist ja nicht nur in der Türkei, dass da so ein Staatsoberhaupt ist, wo man einfach nicht verstehen kann, warum er gewählt wird, aber ich glaube, die sind da so in ihrer Bubble drin, dass die denken, dass er Gutes macht. Also er baut ja die Straßen und er hat ja nach dem Erdbeben auch so geholfen. Und weil man nicht betroffen ist, weil diese ganze strukturelle Diskriminierung, die ganze schwache Infrastruktur die meisten nicht betrifft oder ihre Familien in der Türkei, denke ich, dass sie halt deswegen Erdogan wählen. Das ist so dieser Nationalstolz und alles, was halt nicht Erdogan oder AK Partie ist, denken sie, glaube ich, wäre dann Vaterlandsfeind. Obwohl das eben nicht so ist. Die anderen lieben ja ihr Land genauso viel. Aber ich glaube, dass jetzt gerade durch das Erdbeben viele nochmal aufgewacht sind. Ich glaube, einige, wo man auch mitbekommt, die sagen, die haben jetzt zehn Jahre lang die AK Partie gewählt und jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt schon irgendwo auch eine gewisse Hoffnung mit den Wahlen. Also diesmal habe ich Hoffnung. 2018 keine. Da dachte ich mir, ja, der macht eh, was er will. Aber dieses Mal habe ich tatsächlich Hoffnung. Wir hoffen, dass es besser wird. Gerade die junge Generation. Genau, ja. Also wir haben auch Kontakt mit Jugendorganisationen in der Türkei, beispielsweise Go4. Die bereiten sich auch alle auf die Wahlen vor. Und es gibt auch viele tatsächlich Abgeordnete, die jung sind. Also die jungen Leute, glaube ich, haben einfach keinen Bock mehr. Und die wollen wieder die alte Türkei zurück, sage ich jetzt mal. Die nicht so stark islamisierte Türkei. Gerade ist ja der muslimische Fastmonat Ramadan. Ich glaube, du hast Ramazan gesagt. Ja, auf Türkisch Ramazan. Habt ihr einen Fastmonat oder eine Zeit, in der gefastet wird? Und wenn ja, wann ist das? Genau, also wir fasten zweimal im Jahr. Das ändert sich immer jährlich aufgrund des Kalenders. Wir haben drei Tage ein Hesed-Fasten. Das ist ja so eine Schutzpatronenfigur in unserem Glauben. Da fastet man drei Tage für den Hesed. Und wir haben ein zwölftägiges Fasten für die zwölf Imame. Beziehungsweise sogar drei Tage davor noch. Das bezieht sich auf Kelbela. Das ist auch noch vor dem Osmanischen Reich. Da geht es nochmal ganz weit zurück. Das ist tatsächlich ein Trauerfasten. Da wird bei uns die ganze Zeit über kein Fleisch gegessen und auch kein Wasser getrunken. Das heißt, wenn man dann das Fasten bricht, dann kein Fleisch und kein Wasser. Weil halt damals Hase der T. Hussein, also der, ja genau, Hussein, von dem man spricht, auch verdurstet ist und die dort auch umgebracht wurden, will man in dieser Fastenzeit kein Blut vergießen, also kein Fleisch essen und kein Wasser trinken. Das wird dieses Jahr, glaube ich, letztes Jahr war es im Juli. Dieses Jahr wahrscheinlich auch Ende Juni oder Anfang Juli. Das ist eine besondere Zeit für dich? Ja, schon. Weil dann, ich glaube, dann treffen wir uns alle in der Gemeinde und das ist schon für mich nochmal eine ganz andere Zeit, muss ich sagen. Ich habe auch früher dann gefastet, soweit, wie ich es halt ausgehalten habe. Aber ich glaube, es ist für uns alle eine besondere Zeit, weil es halt einfach eine Trauerzeit ist, weil man dann halt nochmal über alles nachdenkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier sich alles immer so traurig anhört, weil ich jetzt so vom Anfang bis Ende erzählt habe, es ist halt schon viel Verfolgung und viel Trauer. Aber ich muss sagen, mittlerweile auch nicht mehr so. Also ich versuche mich mittlerweile auch so ein bisschen davon abzuwenden und mir einfach nur vor Augen zu halten, was wir alles erreicht haben. Und das finde ich halt gut. Wobei ich halt sagen muss, dass halt durch den Fastmonat, vielleicht jetzt in der Türkei auch, schon auch schwierig wieder für die Aleviten dort ist, weil dort halt niemand ist. Und wenn du dann auf der Straße anfängst zu essen oder zu trinken, dann wirst du halt angeguckt. Also es gibt auch Fälle, wo dann Leute beleidigt werden. Ich kriege von Leuten mit, wie die Omas oder Opas damals. Ich glaube, die stehen auf. Also die Musliminnen stehen nachts auf oder morgens, um zu essen. Dann gehen alle Lichter an. So, und wenn du jetzt in deiner Nachbarschaft rausguckst, welche Lichter angehen und welche nicht, dann weißt du, bei denen, die sie nicht angehen, die fasten nicht. Das sind höchstwahrscheinlich Aleviten. Also weiß ich auch von Freunden oder Familien oder auch sogar bei uns, dass dann einfach nachts extra aufgestanden wird und das Licht angemacht wird. Weil man outet sich ja nicht als Alevi. Ja, es ist immer so, wie sehr das doch in den Alltag auch eingreift. Also diese strukturelle Verfolgung irgendwann ja jeden Bereich des Lebens irgendwie mitbestimmt. Und ich meine mal, natürlich wollen wir nicht irgendwie nur negativ sein, weil Alevitentum natürlich viel, viel mehr ist als nur die Verfolgung. Sicher. Aber ich glaube, das ist halt das Ding, was du auch meintest, diese Verfolgung prägt es ja mit. Und prägt aber vielleicht auch das Gute mit. Was du meinst mit Zusammenhalt? Definitiv. Also das sind halt auch Sachen, die sich ja auch daraus entstanden sind. Und ich glaube, das ist halt immer das Ding, wenn wir mit Betroffenen zusammenarbeiten auch, dass wir immer sagen, natürlich sind alleine auch die Person, aber auch die Community viel, viel mehr als nur die Verfolgung und dieses, sage ich mal in Anführungszeichen, Opfer sein. Und gleichzeitig ist es aber etwas, woraus sie so viel Handlungsmacht gewonnen haben und also quasi auch einfach krasse Personen heraus entstanden sind, was man dann irgendwie auch zeigen muss, dass die Verfolgung halt einfach diese Menschen und diese Communities halt mitformt. Ja genau, auf jeden Fall. Also wenn man sich auch andere, vielleicht religiöse Jugendverbände anschaut, haben die teilweise schon auch Schwierigkeiten, Jugendliche zu mobilisieren. Aber unsere Gemeinschaft und dieser Zusammenhalt ist so stark bei uns, dass es einfach wie so eine Riesenfamilie ist. Also wenn ich irgendwo in, keine Ahnung, Berlin oder Hamburg, Hannover, keine Ahnung, sagt mir irgendeine Stadt und ich lande dort und weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich kenne da mindestens eine Person, die ich irgendwie als Teil meiner Familie bezeichnen kann, wo ich sage, ich übernachte bei denen und das ist so bei uns. Also wir beschützen uns und wir hüten uns. Wir sind, wir diskutieren vielleicht auch untereinander, aber wir hatten dieses Jahr unsere Bundeskonferenz, wir hatten über 200 Jugendliche da und es macht mich einfach nur stolz. Für mich ist es so ein Lichtblick, weil ich mir denke, okay, ich habe dann vor Augen, warum wir hier sind, warum die Alevice-Gemeinschaft da ist, der BDAJ, der wirklich so viel macht, also wir als Bund der Alevitschen Jugend und dann stehe ich da heute da als Bundesvorsitzende und halte denen so eine Eröffnungsrede und denke mir einfach, wow, also ich bin stolz auf alle, weil die Jugendlichen ja alle ehrenamtlich sich die Zeit nehmen und jedes Wochenende irgendwo hinfahren, irgendwelche Präventionsschulungen zu sexualisierter Gewalt, Bildungsseminare, gesellschaftspolitische Bildungsseminare, Bildungscamps, also wenn ihr so diese Instagram-Seiten BDAJ, Deutschland, NRW und alle anderen Bundesländer verfolgt, dann seht ihr auch, dass jedes Wochenende irgendwas ist und da sind so viele Jugendliche mit dabei. Das ist richtig cool, ja. Vielleicht dann so ein bisschen, um ein bisschen diese Zukunftsperspektive ein bisschen beizubehalten, ist immer ein bisschen vielleicht schon fast zu einfach gefragt, aber was kann man denn, jetzt auch wenn man nicht zur alewidischen Gemeinschaft dazugehört, vielleicht auch tun, um die alewidische Gemeinschaft zu unterstützen, also zum Beispiel auch gerade in Deutschland. Also ich denke in Deutschland vielleicht genauso, wie ihr es gemacht habt, mit uns Kontakt aufnehmen und mit uns sprechen und uns sprechen lassen. Ich glaube, das ist schon ganz gut, einfach das anzuerkennen, dass wir Alevitinnen sind und dass wir eine anerkannte Religionsgemeinschaft sind und uns nicht einfach mit anderen Leuten in eine Schublade zu schieben. Ich glaube, das ist schon so ein Wunderpunkt für mich, wo ich sage, das möchte ich nicht mehr und ich hoffe, dass sich das ändert und ich sehe ja jetzt hier in diesem Kreis auch, dass es sich geändert hat, weil wir halt heute schon vom anti-alewitischen Rassismus beispielsweise auch sprechen und wir haben Gespräche, wo das passiert, dieser anti-alewitische Rassismus und wir sprechen das an, das wird nicht ernst genommen. Dann sagt man, hä, sowas gibt es doch gar nicht. Es gibt doch keine wissenschaftlichen Belege dafür. Ja schon, aber warum nicht? Und das hat jetzt, glaube ich, diese letzte Stunde erklärt, warum nicht? Und das ist halt immer für uns schlimm, dass wir immer noch auch bei anderen Jugendverbänden oder, keine Ahnung, VertreterInnen dagegen ankämpfen müssen, um uns zu beweisen und zu erklären, dass es uns gibt, wissen sie, aber dass wir halt immer noch zum Beispiel Diskriminierung, Erfahrung erfahren müssen, nicht und ich glaube, das wäre so etwas. Und ich denke auch in Zukunft natürlich mehr alewitschen Religionsunterricht, mehr Lehrer auszubilden, die dann halt ARO studieren und unterrichten, dass es sich so langsam auch etabliert und auch wir voll und ganz ankommen hier. Und auch generell, glaube ich, auch bei LehrerInnen einfach generell auch eine gewisse mehr in der Bildung darauf achten, dass sie halt differenziert darüber sprechen können. Also ich meine, wenn ich mit Schulen zusammenarbeite, ist oft, dass das halt auch gerade für LehrerInnen gar nicht, manchmal noch nicht so bewusst ist, was für eine Vielfalt es zum Beispiel in der Türkei oder und dann dadurch auch hier gibt. So schnell das alles auch ein bisschen gar nicht so genau wissen oder das halt über einen Kamm scheren. Also das muss es eigentlich auch mehr Diversity Trainings, was auch immer, halt auch für LehrerInnen geben, sicherlich. Also ich denke, dass es natürlich auch schwer ist für LehrerInnen. Ich bin ja selbst angehende Lehrerin, da hast du dann so eine Riesenklasse. Es ist zwar schwer, ich glaube, viele sprechen ja immer von dem Konflikt zwischen Schülern, zwischen türkisch und kurdisch, aber oft geht es eigentlich um vielleicht auch alevitisch und sunnitisch und so, wenn dann ein Schüler ist und der andere nicht und dann heißt, hä, aber warum fasstest du nicht oder so oder warum hast du da so eine Kette an? Zum Beispiel, ich hatte immer so eine Kette an, ich war ja immer ganz stolz und musste allen zeigen, dass ich alevitisch bin. Das ist halt schwierig. Wir können, glaube ich, über einzelne Aspekte schon ewig noch weiterreden. Also ich finde es immer doch interessant, wieder zu zeigen und zu sehen, wie komplex das Ganze ist. Also ich meine, wir haben, glaube ich, gelernt, auch das Alevitentum generell ist sehr komplex, ist sehr vielfältig und dann hat man natürlich einmalseits die Situation als Migrationsgruppe in Deutschland, aber natürlich auch die Situation in der Türkei und wenn wir eins, glaube ich, auch daraus mitnehmen können, ist einfach, dass auch die AlevitInnen super stark sind und auch immer mehr sich eigene Plattformen auch gründen, also wie BDAJ, das ist ja auch eine eigene Plattform, die man sich selbst gegründet hat oder halt auch die Plattformen nutzen, die es halt gibt und ich glaube, das ist halt auch super wichtig, um weiter über die Herausforderungen und so auch zu sprechen oder halt das Alevitentum generell natürlich auch bekannter zu machen und dann auch zu zeigen, welche Herausforderungen und Diskriminierungserfahrungen gehen damit einher. Wie gesagt, man merkt ja auch, das hört ja nicht in der Türkei auf, sondern es geht auch, es wurde mitgetragen nach Deutschland und auch hier gibt es Diskriminierungserfahrungen und das Alevitentum ist, wie gesagt, irgendwo geprägt durch Verfolgung und gleichzeitig halt viel mehr als das und ich glaube, das ist irgendwie ganz schön, dass wir das so mitnehmen können. Wir jetzt als Gesellschaft für bedrohte Völker werden natürlich auch die Wahl mit begleiten und auch mit, wie gesagt, Anspannung, Unspannung irgendwie auch drauf schauen und wie sich das Ganze entwickelt und sicherlich auch wie mit Vereinen, wie mit dem BDAJ weiter sprechen und versuchen, Plattformen zu bieten und gemeinsam irgendwie zu versuchen, die Situation auch zu verbessern. Auf jeden Fall und wer mehr Informationen über euch und eure Arbeit will, der findet euch auf welchen Plattformen? Ihr könnt uns auf der Homepage finden www.bdj.de Wir haben auch Instagram BDAJ Deutschland Wir haben Newsletter, wir haben die Plural, also unsere Verbandszeitschrift. Also ich glaube, auf jeder Plattform, die es gibt, könnt ihr uns finden, also auch auf Twitter oder Facebook. Meldet euch einfach bei uns, schaut mal durch die Homepage, durch Insta, ich glaube, unser Instagram ist ganz cool. Genau und dann hoffe ich, dass ihr da auch genug Informationen rauskriegt über uns, auch nach diesem Podcast. Ja, vielen Dank, Helin, dass du den Weg aus Ludwigsburg beziehungsweise Stuttgart über den schwierigen Stuttgarter Bahnhof hierher geschafft hast, dir die Zeit genommen hast, uns und unsere HörerInnen über das, was euch und eure Gemeinschaft ausmacht und welche Herausforderungen ihr habt und was ihr alles schon erlebt habt, aber mit diesem Vorwärts-Spirit irgendwie verbunden, dass wir alle mehr gelernt haben heute. Uns findet ihr auf den Kanälen Instagram, Twitter, unsere Homepage, aber heute möchten wir euch nochmal ganz explizit auf unseren Newsletter hinweisen, den ihr abonnieren könnt und der alle zwei Wochen über das, was wir machen, tun und wollen informiert. Irgendwie habt ihr unseren Podcast ja schon gefunden, das heißt, den Podcast gibt es auf allen Plattformen, wo du mal Podcast finden kannst und wenn euch unsere Folge oder der Podcast generell natürlich gefällt, freuen wir uns darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns irgendwie bewertet und natürlich auch, falls ihr Ideen habt oder irgendwas gerne wollen würdet, dann versucht uns doch auch da ein bisschen Input zu geben. Wir freuen uns sehr, wir freuen, dass ihr euch wieder dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt und hoffentlich bis zum nächsten Monat und dann erstmal ein Auf Wiedersehen von uns allen hier. Ciao. Tschüss. Tschüss. Credits Moderation Tabea Giesecke, Hanno Schädler, Nadja Großenbacher und Regina Song. Aufnahme, Regie und Distribution Magdalena Otterstedt. Schnitt- und Postproduktion Hanno Schädler. Eine Publikation der Gesellschaft für bedrohte Völker. Wrap Läge Release Untertitelung des ZDF, 2020